Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Logeman und ich begrüße euch wieder bei Batman The Telltale Series. Jawohl, ja es freut mich, dass das Spiel so gut bei euch ankommt. Also das heißt in den Kommentaren haben mir schon einige Leute geschrieben, dass sie einfach das Spiel an sich ganz interessant finden. Mal was ganz anderes, nicht so actionreich, wie man es kennt jetzt gerade von Rocksteady's halt, von der Arkham-Reihe und ja, das ist toll. Also ja, mir gefällt es auch und das ist halt so typisch Telltale-Kost wieder, wie man es kennt, wenn ihr Telltale kennt und ja, es ist echt klasse und ich finde auch mal toll, dass auch die Figur Bruce Wayne mal beleuchtet wird, weil das kam ja meistens in den letzten Spielen ein bisschen zu kurz. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier machen können. Verbrecher-Kartei lesen, machen wir doch direkt mal. Aha. Okay, da können wir uns einfach nur die Person da anschauen. Ja, mit dem hatten wir ja zu tun gehabt, mit dem Kamin. Falcone. oder Kamin, oder Kamin, oder Kamin, Kamin, Falcone. So, dann gucken wir mal, was haben wir noch. Mhm. Okay, Staatsanwalt Dent fordert von Bürgermeister Verurteilung der Selbstjustiz. Okay. Möchten wir jetzt weitergehen schon mal. Ähm, soll man das lesen? Leutnant der Polizei zur Führung einer Sondereinheit berufen. Aha, 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 aha. Wayne Enterprise finanziert Ersatz für Arkham Asylum. Ja, ist okay, ist okay. So, gucken wir mal weiter. Was haben wir hier noch so alles? Medienberichte, Codex, haben wir jetzt alles schon mal geguckt. Hier ist sowas. Datenschnittstelle, genau. Genau, wir haben hier da das Laufwerk. Und, äh, wo haben wir das Laufwerk? Da ist es. Ja, genau. So, jetzt haben wir es eingesteckt. Und, ja. Dann gucken wir doch mal. So. Ich bin sehr gespannt, was sich darauf befindet. Ah ja. Praktisch. Sowas würde ich auch haben am Computer. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ja, Encrypted. So. Das ist... Wayne Manor hat sieben bedrooms, zwei Kitchens, ein Library, ein Gymnasium, ein Basketball Court, und ein Film Theater. Und, ja, ich finde Sie hier immer immer hier. In eine dark, damped cave. Ich arbeite, es macht mir ein Computer. Ja. Ich werde, als ich fertig bin. Leute mit normalen Arbeit können ihre Arbeit in irgendeine Arbeit. Aber für mich, das ist meine Office. Ich verstehe, es ist nicht normales Arbeit. Even worse, das beste Ergebnis ist, dass niemand ever findet, dass du es getan hast. Ja, gut gehts, meistens gehen unnoticed. Aber nicht unappreciert. Was hast du gefunden, was die, ähm, Katwoman hat versucht, zu stehlen? Oh, im Prozess. Was sind wir nachschauen? Ich versuche einen anderen Angeln. Wow. Okay. Benutze es, um das Hologramm zu drehen, okay. Können wir da schon irgendwas... Das ist ein Bild von der E-Side-Shore-Line. Aber es könnte sein, wie ein paar Dinge. Money, weapons, drugs. Alles fließt durch diese Porte. Vielleicht ist es wo der Mayor Hilder holt, seine Drei-Cleaning. Hm. Ich kann es noch nicht verstehen. Es gibt noch viele Files, die zu verkrieben. Und in der Zeit, In the meantime, I saved you what I could. Thanks, Al. The same couldn't be said for the bar. I had to literally pry Mrs. Zeller back away. But you'll be pleased to hear everyone has left, including Mr. Falcone. Before the game switched from billiards to cutthroat. I'd recommend leaving the fistfights to your alter ego. Bloodstains are much harder to remove from a tuxedo. I had everything under control. That's true. I've seen you take down worse thugs. But I'd already sewn you up once tonight, and I had no interest in a repeat performance. For the record, your father despised men like Falcone. Thought they ruined Gotham's stellar reputation. Back when it still had one? It can again, Bruce. Though people like this catwoman aren't helping. Is she new to town? I've never seen her before. Hopefully, she's just a tourist. I'll check the Codex. Hmm. So, okay. Codex. Check him out. Let's go. WikiWhale. WikiWhale. Enterprises, ja. Arkham Asylum haben wir hier. Ah, da ist, da ist ja Catwoman. Founder. So, ja, genau. Katzeneinbrecherin. Verbrecheneinbruch, ein Fahrraddiebstahl. Neue Kriminelle auf der Bildfläche wird mit zahlreichen Einbrüchen in Verbindung gebracht. Sie ist effektiv und hinterlässt nicht viele Spuren. Zurzeit hat das GCPD keine Anhaltspunkte. Ich wünschte, ich wüsste mehr über sie. Definitiv. Kann man hier noch? Ja, das sind die, okay. Not much to find, apparently. A few burglaries, break-ins. Seems to lay pretty low. You could learn a thing or two from her. You can't step outside without it ending up in the news lately. As Bruce or Batman. I stay out of sight when I need to. Define need to. Oh, whenever Harvey calls. That guy's exhausting. Well, after the press conference tomorrow, I'll mark your calendar as exhausted, then. The media isn't good for anyone's health. I don't mean to beat a dead argument, but... No one's gonna figure it out now. Trust me. Miss Vale noticed your injuries. So did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office, it would undo all the long nights and close calls we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. You have to be careful. I have a job to do. Okay, a responsibility to this city. You know why I do this. For the car, I presume. Well, the car helps. Oh yes, you drive that thing like a bat out of hell. Ah, old men worry, that's all. It's our gift and our curse. One more worry for the list. We see the card, and I'll take it. From Harvey Dent, okay. Aha. He wants to reconnect, criminal record or not, he's still an old friend. But a lot can change over the years. If I remember correctly, Oswald was fond of the old firecrackers in the toilet trick. I worry what he's graduated to. Even though you and young master Cobblepot used to be close. I advise you to be cautious. But I know you can't abandon a good mystery until it's solved. I'll be careful, Alfred. When you see what's become of his park, I think you will. Okay, ja, wir werden vorsichtig sein, auf jeden Fall. Wir wissen ja echt nicht, wie er sich entwickelt hat, unser alter Freund. Okay. So. Dann schauen wir doch mal, wo sich unser alter Freund befindet im Cobblepot Park. Das werden wir jetzt rausfinden, weil wir hier sind schon ein paar Sachen ansehen, ja. Okay. Da ist doch irgendwas, hat doch da gestanden. Irgendwas ist hier auch noch, Graffiti. Armstrong, oder was stand da? Hm. Mit dem Gesellen können wir nichts anstellen, also gehen wir mal weiter. Obdachlose. Wow. Irgendwas konnten wir tun. Oh, da war doch was. Kleingeld geben, ja. Danke, Sir. Bitte, bitte. So. Brennendes Fass. Ja, wärm dich mal ein bisschen auf. Bist allgemein ganz schön knapp bekleidet. Was heißt knapp? Also, ich glaube, es ist eigentlich kälter hier, ne? Und du da mit dem knappen Hemdchen. Great. Jetzt verspätet er sich auch nicht. Das Statue, aber keine Arbeit. Ja, genau. Ja, dann schauen wir uns halt ein bisschen um. Einkaufswagen, okay. So, was haben wir denn noch hier alles so schönes? Da steht jemand, aber ich will mich erst noch weiter umsehen. So, da ist die Statue. Oh. Oh, okay. Okay. Hey, du hörst ihn, Mann. The hell are you waiting for? Go ahead. Try and take it. The hell do you say? And him. Nah. Gentlemen. Oz. Okay, now. Is that a attack? Whoa. So. This used to be a nice place. No lives like you don't belong. Sure. Ow. This is my park. Mine. You hear that? Woah. Oh. Oh. Hey, Bruce. You've got a little, uh... There. Good as new. Woo! That was the right little scrap, eh? Nothing kick starts the system like a dash of adrenaline, eh? Besides, someone needed to deal with the rubbish situation here. Hey, I could have handled that myself. You mean a knife handle in the back? Because that's what would have happened, mate. Uh, no offense. Yeah, all right. Yeah, it's been what? Two decades. And you know what? I haven't been mugged once that entire time. Uh, that wasn't why I brought you here, mate. Right now, I am trying to recognize the little Bruce I used to run around this place with. Back when it wasn't, you know, like this. This park used to mean something. A place that was safe for kids, for families. People came from all over to visit. Oh, Mum and Dad, they put so much work in here. It's a shame what happened. It was beautiful once. And now, it's a hellhole. Last thing my parents ever built. This city chews right through people. Mum committed to Arkham. Dad. Ended it yourself, you did. My family's fortune. There's nothing left, Bruce. I know. Alfred told me. It's funny, huh? Same place that ground my family to dust. Gave you a good life. Used to run in the same circles we did. Hobnobbing parties. Round-the-world vacations. Unlimited potential. My parents are gone too, Oz. I know, Bruce. I know. I'm sorry for it. But I had my own funeral to attend. Good to know you haven't changed, Bruce. You still care about something more than just yourself. Although, I was surprised to see Carmine Falcone at your party last night. Made himself right at home. That oily... Wish I could have punched that grin into the back of his throat. Falcone was an uninvited guest. That's it. I never want to see his face again. On that, we can agree in earnest. Falcone made a stack of cashing corpses a mile high, ruining families like mine. All he needs is a little push. And... It'd be a treat to watch him at pavement. Sorry, mate. This reunion got a lot more grim than I planned. Things are gonna be on the upswing soon, though. A revolution is knocking on Gotham's door. And I'm here to let it in. Which brings me to you, Bruce. You see, you throw a rock in any direction, you break a window that Wayne Enterprises owns. As the rich and powerful go, oh, you top Gotham's list. But when my revolution starts, we're gonna smash windows and cross off names all the way down. Like I said, it's not gonna be pretty. It's gonna be beautiful. I'm not your enemy, Oz. It remains to be seen, don't it? I've got great affection for you, Bruce. I really do. Which is why I'm warning you. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Hm. Good seeing you, Bruce. But I've got some rocks to collect. Cheers! Wow. Wow. Keine Ahnung, was ich jetzt von der und der Haltung jetzt halten soll. Oswald müssen wir uns auf jeden Fall, müssen wir jedenfalls mal im Auge behalten. Irgendwas hat er vor. Ahnung. Amma. Jack. Bro 아빠. Amma. And is it here for you if your clan can grab us? I am grande nadzieję. Omdatman Manzas com dir peque следивает. Amma. Beautiful. Good technique. Good holy magic meal. Ya know me beside you. I am so glad ichこれで squid. Vielen Dank.